Hallo Leute! Heute zeigen wir euch ein Frühstück, ein typisch deutsches Frühstück, in langsamem Deutsch. Janusz, hast du Hunger? Ja, ich hab Hunger. Los geht's! Jetzt zeigen wir euch, was man bei einem typisch deutschen Frühstück alles isst. Janusz, wir lieben Brot, Brote und Brötchen in Deutschland. Hier haben wir einen Brötchenkorb. Isst du Brötchen zum Frühstück? Sehr gerne. Aber immer oder nicht so oft? Eigentlich immer. Allerdings mache ich oft Diät und dann muss ich darauf verzichten. Heute nicht, denn heute drehen wir ein Video. Wir zeigen euch, was man in Deutschland zum Frühstück isst. Sehr populär sind Körnerbrötchen. Dann haben wir ein normales Brötchen. Das ist das deutsche Standardbrötchen. Janusz, wie nennt man das in Berlin? In Berlin nennt man das Brötchen Schrippe. Die Schrippe. Dann, auch populär in Deutschland, ein Croissant. Auch sehr populär in Deutschland und das kommt tatsächlich aus Deutschland. Brezel. Die Brezel. Die Brezel. Vor allem populär und lecker in Süddeutschland, aber auch in Norddeutschland gerne gegessen. noch etwas Besonderes. In Deutschland isst man gerne Brot und? Pommes. Kartoffeln. Und tatsächlich gibt es auch eine Mischung. Das Kartoffelbrötchen. Magst du das, Janusz? Mag ich sehr gerne. Schmeckt lecker. Janusz, womit isst man Brötchen? Man isst Brötchen mit allerlei Aufschnitt. Der Aufschnitt. Aufschnitt ist alles, was man auf ein Brot oder ein Brötchen tun kann. Und es heißt Aufschnitt, weil es oft geschnitten ist. Zum Beispiel eine Scheibe Käse. Geschnitten. Janusz, es gibt herzhaften Aufschnitt, zum Beispiel Käse oder Wurst und es gibt süßen Aufschnitt, zum Beispiel Marmelade. Was bevorzugst du auf deinem Brötchen? In Wirklichkeit mag ich alle drei Sorten. Sowohl Wurst wie auch Käse und dann quasi zum Nachttisch mit Marmelade. Zu einem echten deutschen Frühstücksbuffet gehört noch mehr. Zum Beispiel Obst, zum Beispiel Joghurt und natürlich sehr populär Müsli kann man mit Joghurt oder mit Milch essen. Janusz, hast du jetzt Hunger? Oh ja, ich hab Hunger. Ich freue mich auf das Frühstück. Oh, es klingelt. Ich gehe zur Tür. Hallo, Cari. Hallo, Manuel. Janusz hat mich zum Frühstück eingeladen. Oh, das ist eine Überraschung. Komm rein. Hallo, Manuel. Guten Morgen. Möchtest du einen Kaffee? Sehr gerne. Mache ich. Jetzt macht Janusz einen Kaffee. Zeig mal, Janusz. Erstmal malt Janusz den Kaffee. Das macht er gerne, während ich telefoniere. Sehr laut. Jetzt läuft der Kaffee durch. Janusz, du hast Flecken auf dem T-Shirt. Was ist da passiert? Ich hab zuerst natürlich das Wasser nachgefühlt und mich dabei bekleckert. Wie immer. So, Manuel, hier kommt dein Kaffee. Danke. Und direkt danach auch deine vegane Milch. Perfekt. Zeit für eine kurze Pause. Und in dieser Pause habe ich einen Tipp für alle Deutsch-Anfänger. Gerade am Anfang ist es wichtig, Schritt für Schritt die deutsche Sprache kennenzulernen. Und das könnt ihr super machen mit unserer Partner-App SeedLang auf eurem Handy. SeedLang ist eine App, in der es ganz viele kleine Geschichten gibt. Und in diesen Geschichten lernt ihr Schritt für Schritt die deutsche Sprache kennen. Vokabeln, Grammatik, aber auch die Satzstruktur. Ihr lernt immer ein bisschen mehr. Und das Beste ist, es gibt ganz viele lustige, interaktive Geschichten. Ihr hört, ihr seht, ihr könnt sprechen üben und ihr könnt am Ende auch die Grammatik besser verstehen. Und das Tolle ist, Janusz und ich sind in dieser App drin. Denn wir haben ganz viele von diesen Geschichten auch selber gedreht und sind jetzt in der App mit drin. Probiert das mal aus. Ihr könnt SeedLang runterladen auf euer Handy. Und zwar für Android und für iOS. Und oder einfach auch im Browser ausprobieren. SeedLang.com ist die Domain. Und wir freuen uns, wenn das euch hilft beim Deutsch lernen. So, Leute, ich hab Hunger. Möchtest du ein Brötchen? Ja, gerne. Ich nehme ein Körnerbrötchen. Mit was möchtest du dein Brötchen essen? Vielleicht Wurst oder Schinken? Gibt es auch etwas Veganes? Ja, natürlich, Manuel. Manuel, wir haben veganen Frischkäse. Danke. Und wir haben veganes Nutella. Das ist ein Markenname. Das ist eine vegane Schoko-Nuss-Nougat-Creme. Richtig. Manuel nimmt einen Schluck Kaffee. Lecker? Sehr lecker. Jetzt schmiert Manuel sich ein Brötchen. Was kommt auf das Brötchen drauf? Wir haben eine große vegane Auswahl mit Frischkäse. Manuel beißt in das Brötchen. Ist gut? Lecker. Janusz, was möchtest du? Ich glaube, ich nehme dieses Weltmeisterbrötchen. Das heißt Weltmeisterbrötchen, weil Deutschland oft Weltmeister im Fußball wird. Manuel, möchtest du noch was? Ich nehme noch eine Brezel. Ah, Brezel. Ich nehme auch eine Brezel. Brezel mit Frischkäse. Brezel mit Margarine. Das ist mein Ding. Janusz schmiert Butter auf sein Brötchen. Janusz, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was du jetzt auf dein Brötchen drauf machst. Zuerst nehme ich ein paar Salamis. Die passen sehr gut zu dem Weltmeisterbrötchen. Janusz macht Salami auf sein Brötchen. Und als nächstes nehme ich ein Stück von dem Masdama. Januszs Lieblingskäse ist Masdama, der Käse mit großen Löchern. Oh, der Käse ist runtergefallen. Ja, aber unter fünf Sekunden-Regel, kennt ihr die? Gary erklärt die. Ich glaube, das ist die Drei-Sekunden-Regel. Wenn etwas drei Sekunden auf dem Boden liegt, kann man es noch essen. Ja, weil dann haben die Bakterien nicht genug Zeit, um das zu besiedeln. Manuel, wie läuft es mit der Brezel? Gut, ich habe Margarine gefunden. Kann ich noch einen Orangensaft haben? Ja, ich habe Orangensaft. So. Oh, leider ist der Orangensaft leer. Macht nichts. Ein bisschen Vitamin C. Janusz kriegt das Marmeladenglas nicht auf. Manuel möchte ihm helfen. Gib mal, ja, Manuel. Der ist jung und stark. Bitteschön. Danke sehr. Bei mir hat schon Muskelschwund eingesetzt. So, was ich euch zeigen möchte, ist eine sehr deutsche Sitte, nämlich man isst ein Brötchen mit Käse und darauf tut man noch die Marmelade drauf. Mh, das esse ich auch gerne. Eigentlich eine Unsitte. Viel zu süß und viel zu fett. Aber sehr lecker. Janusz beißt in das Käse-Marmeladen-Brötchen und kaut. Schmeckt's? Mh, lecker, Janusz. Schmeckt total lecker, wirklich wie ein Nachtisch. Cari, was machst du da? Ich schmiere ein Brötchen mit etwas Interessantem. Das ist Teewurst. Das sieht komisch aus. Es ist Wurst, aber in einer nicht festen Form. Man schmiert das so wie Butter auf ein Brot. Die Idee ist komisch, aber es schmeckt mir gut. Janusz, ich zeige dir jetzt, was ich jeden Tag zum Frühstück esse. Ich esse eigentlich nie Brötchen, aber das ist populär in Deutschland. Ich esse meistens einen Becher Obst mit veganer Joghurt. Kommt drauf. Und dazu gibt es ein bisschen Müsli. Guck mal. Und immer eine Banane dazu. Das ist eigentlich mein normales Frühstück. Und das, was wir hier gezeigt haben, das ist das, was man vielleicht an einem Sonntag in Deutschland isst oder wenn man viel Zeit hat. Manuel, kann ich dir noch was anbieten? Nein, danke. Ich bin satt. Schönen Dank. Hat gut geschmeckt. Auf Wiedersehen. Das war ein kurzer Besuch von Manuel. Janusz, bist du zufrieden mit deinem Frühstück? Ich bin sehr zufrieden, allerdings eine Sache fehlt mir dann doch. Was denn? Eier. Zu einem deutschen Frühstück gehören Eier. Das stimmt, habe ich dran gedacht. Hier sind sie. Wie isst du denn am liebsten dein Ei zum Frühstück? Heute würde ich am liebsten Spiegeleier essen. Okay, dann machen wir jetzt auch noch Spiegeleier. Jetzt brate ich für Janusz zwei Spiegeleier. Jetzt tue ich Salz und Pfeffer auf das Spiegelei. Oh, das Fett ist sehr heiß. Spiegeleier sind in Deutschland populär, aber genauso populär ist Rührei und das gute gekochte Ei. Das Spiegelei ist fertig. Ich nehme es vorsichtig aus der Pfanne. Janusz, ich habe zwei Spiegeleier für dich gebraten. Oh, sehr schön. Danke sehr. Freust du dich darüber? Ich freue mich sehr. Während Janusz sein Spiegelei ist, verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt uns mal, welches Thema sollen wir als nächstes machen in langsamem Deutsch? Das machen wir nämlich sehr gerne. Und was wir auch gerne machen, sind Übungen zu unseren Videos. Ihr könnt jetzt weiter üben. Interaktive Übungen gibt es als Mitglied von Easy German. Und ein Mitglied werdet ihr auf easygerman.org. Danke für eure Unterstützung und fürs Zusehen. Tschüss. 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 Tschüss.